Wir befinden uns in einer Zeit des digitalen Wandels. Vor gerade einmal zehn Jahren brachte Apple das iPhone auf den Markt und seither hat sich unsere Welt rasant verändert. Wir kommunizieren weltweit ohne Schranken und die Schnittstellen zwischen Geräten und Systemen werden immer fließender. Was wir in vielen Bereichen beobachten, findet sich auch in unserer Positionierung wieder. Technoform verbindet Menschen mit Ideen zu einem globalen Netzwerk effizienter eigenverantwortlicher Teams, die konsequent kunden- und marktorientiert die besten Lösungen anstreben. Um dem gerecht zu werden, brauchen wir nicht nur die richtige Haltung, sondern auch die passende Ausstattung. Bisher basieren unsere Kommunikation und Zusammenarbeit auf lokalen Systemen, die nur schwer miteinander zu verbinden sind. Daten werden lokal gespeichert und stehen der Gruppe nur selten zur Verfügung. Das behindert unsere Kollaboration und unsere Effizienz. In den letzten Monaten haben wir nach einer Lösung gesucht, um unsere Gruppe IT-FIT für die Zukunft zu machen und mit Office 365 ein System gefunden, das es uns ermöglicht, unser Wissen zu teilen und grenzenlos zusammenzuarbeiten. Egal von wo, egal von welchem Endgerät. Für den Nutzer ergeben sich viele Vorteile, insbesondere da die Systeme intuitiv funktionieren und auf bekannte Mechanismen Word, Excel, PowerPoint aufbauen. Mit Outlook haben wir ein zeitgemäßes Tool, um unsere Kommunikation, unsere Aufgaben und unsere Kalender zu organisieren und gruppenweit zu teilen. Dropbox, Doodle, OneDrive und so weiter werden überflüssig. Skype hilft uns schnell miteinander zu kommunizieren, Videokonferenzen und Schulungen abzuhalten oder die eigene Bildschirmansicht zu teilen. Webex, GoToMeeting, Facebook, WhatsApp und so weiter werden überflüssig. Mit SharePoint haben wir ein System, das es uns ermöglicht, Wissen zu teilen und Projekte standortübergreifend und zeitgemäß zu organisieren. Alle Beteiligten können Fortschritte mitverfolgen, gemeinsam an Dokumenten arbeiten und höchst effizient miteinander arbeiten. Eine globale Suchfunktion wird uns dabei helfen, Daten, Ansprechpartner und Wissen schnell zu finden und zu nutzen. Es ist unser Ziel, alle Systeme bis September 2017 einzurichten und jede Nutzerin und jeden Nutzer damit vertraut zu machen. PS, keine Sorge, es geht lediglich um die Plattformen unserer Kommunikation und Zusammenarbeit. Notes bleibt für die Steuerung unserer Prozesse zunächst erhalten.